Aber bei euch wieder neu. Guck mal hier, da sind noch ein paar Centstücke hier drin. Wir denken, ich sehe hier kein Fenster drinnen bei euch, da habt ihr ja richtig Freiraum hier. Kein Fenster, ne? Der SF aufgefallen. Das ist der Kunde, das ist von Affe, das ist so. Mhm. Und dann halte ich mich mal ein hier, um euch nochmal was genaueres zu erklären, weil ich jetzt hier in Wenderfahrt nicht gemacht habe. Denn dieser Bus ist wirklich was ganz anderes und besonderes. Und das will ich euch jetzt nochmal erzählen. Der Bus ist gebraucht, gekauft, soweit ich genau die Information habe. Grund ist, damals, wenn der Werkzeug stand, waren auch ein Berliner Nummernsuch drauf. Und hat überhaupt nicht die Aufstattung, die der HSB hat, also heiß außer Sitzpolster, ist ein anderes. Und außen liegt der Bus halt noch weiß. Und die haben halt überall HSB-Logos und www.hsb.de, Wagennummer, alles drauf geschrieben. Hier steht noch ein blaues Lämpchen, also nicht für eine LED-Leiste extra, sondern wirklich die direkte Bärne. Da wird immer blau leuchten, da hat der Fahrer nicht einen Einfluss drauf. Im Thumbnail habt ihr gesehen, der Bus ist komplett weiß. Und ich frage mich, ob das so bleibt und ob das auch noch irgendwann rot-gelb wird. Aber ich beschweifele ich mal Stark, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Ich glaube, rot-gelbe Folie drauf machen, jetzt nicht die Welt. Ich weiß nicht, kann ich mich da nicht ausfolieren. Wir haben die Besonderheit, hier fehlen das Fenster. Diejenigen, nicht der Betrieb, wo der Bus war oder so, die hatten kein Interesse an diesem Glas. Also ich hab das mal Fenster genannt, natürlich einfach nur eine Glaszeile, die da fehlte. Hat der eigentlich keinen Türöffner vorne, weil du dir jetzt gerade Luft rausgelassen hast vorhin? Ne, das ist da nicht. Oh. Kaputt. Da ist ja dumm. Das ist vorgestern gefahren, den Simpel. Aha. Da habe ich entdeckt, dass der Dürf ist. Und dass der Dürf ist. Das ist doch perfekt. Das ist ja. Ein kleiner Ausspiegel. Innenspiegel hat er hier gar nicht mehr. Schlecht. Schlecht? Kann man nicht so viel sehen. Das ist ja ein Normalfall, wie die Knochen. Ah. Ja. Kann ich richtig sehen. Ja. Was da ist, habe ich gesehen. Das ist ein Spiegel. Und vorne. Und vorne. Aha. Ja, eigentlich alles gut. Ein kleiner Innenspiegel. Ich habe nichts freigeteilt. Oh. Aufertauscht. Ja. Ja. Da ist Dürf dann. Auf der rechten Seite. Da ist ein rechter Kitz. Ja. Für den Spiegel. Auch nur ein Knopf. Ein Klöppchen. Aha. Also komplettiert alles. Ja. Oh weia. Das ist ganz schön. Ja. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Ja. 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 Das habe ich gleich noch. Falls ihr dich auch so gemerkt habt. Erinnert euch an den Elektroschlager. Der Kürzer ist der andere, ne? Ja. Das ist perfekt. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Da fühlt sich der Oberen sehr viel. Oh. Kannst du auch von hier betätigen. Ja. 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 Dann muss man wieder aufstehen, ne? Ja. Es ist der Außenspiegel exakt dasselbe Außenspiegel wie beim Elektrosolager. Sven Jürg, ne? Der sich hier abgekannete, äh, wenn der schräg hoch, äh, rechts schräg hoch geht und ich dachte irgendwie das wäre besser. Aber an sein mag er ihn auch natürlich, äh, ich wurde als Kürzer am, also näher am Bus ran. Beim Solaris ging er wohl mehr raus, ragte mehr, mehr raus. Also auch der Außenspiegel dachte ich, oho, er ist ein anderer. Besser? Nein, nicht wirklich besser. Für ihn. Auf jeden Fall ist er schon hoch, man kann sich auf jeden Fall nicht anstoßen. Bedingung, ich hatte hinten wieder Halteschlaufen, wo man sich festhalten kann. Wie hätte sein Ende geguckt? Ah, wo die? Die habe ich im... Kann der? Alle Schlaufen für oben. Kann der? Doch, die sind da. Die habe ich beim anderen Solarischen alle vermischt. Da, wo man sich besser halten kann und nicht da oben an der Stange. Alle Schlaufen gehören zum Bus dazu. Und das Betzlar da auch, fülle ich auf den letzten Fleck. Die neue Solaris vorne ist auch ein bisschen dicht. Ist der Felschlift, meinst du? Ja, Felschlift. Da kann ich euch gerne mal ein Bild einblenden, wenn ich es hinbekommen habe. Der Felschlift sieht wirklich top aus. Jetzt. Zurück im Bild hinzufügen. Da habe ich nur gesagt, damit ich meinen Kommentaren auch geben konnte. Ja, das weiß ich auch vom Jürgen, dass er schlecht ist. Die Beute ist das Beste, ne? Ja. Das ist vielleicht für die längere Strecke ist okay. Ja, aha. Achso. Für kürze Treckenwolle. Wir fahren in der Stadt einmal Gas geben und loslassen. Ja, aber das ist ja... Also umgewehr hier jetzt erstmal, ne? Ja. Die Strecke sind ja noch nicht. Ach, ja. Haben wir wieder was gelernt, oder? Ich finde es toll, wenn ich auf so einem Fall mal was lerne, weil ich es noch nicht weiß. Also, er finde, empfindet, Z-F-Getriebe ist gut für Langstrecken, also für Überlandbetriebe, ne, die ich mal zehn Kilometer brauche, um den nächsten Ort reinzufahren oder 20 sogar. Und erstmal nur ein bisschen fahren und dann dann abbremsen und wieder losfahren, abbremsen. Also, ich hoffe, ich habe den letzten Beispiel gesagt. Ja, vielleicht erstmal nur. Aber dann wieder anhalten, wir weiterfahren. Auf dem Land gibt es erstmal nur die Haltestellenampeln. Gibt es nicht so viele auf dem Land. Ich weiß nicht, wer auf dem Land schon mal mit dem Bus gefahren hätte. Das hat übrigens wohl gemerkt, im Land ist da, wo der Bus nur alle Stunden kommt. Okay? Wenn du sechs Minuten warten musst in der Woche auf den nächsten Bus, das ist ein Landbetrieb. Was übrigens viele vermutet haben, als ich auf den Kommentaren gehört habe, waren, äh, der HSB hat jetzt einen Elektrobus. Sicher war hier Bus da, oder? Ne, ne, er ist kein Elektrobus. Da ist ein ganz normaler Diesel. Könnte man meinen, mit den Autospiegeln, die da sind. Toll. Vielen Dank. 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 Sorry, huh? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.